Heute ist Montag und ich hab keine Lust Trotzdem bin ich mal wieder rechtpflichtbewusst Ich gehe zur Arbeit, obwohl ich nicht will Verbringe meinen Morgen aber Mucksmäuschen still Doch dann kommt mein nerviger Kollege Und labert mich voll, bis ich mich aufwege Außer Rand und Band und Wutend Brand Schnappe ich mir einen Gegenstand und klopp ihn an die Wand